So, da bin ich wieder. Keine Ahnung, was das war. Ich weiß es einfach nicht. Ich werd's wahrscheinlich auch niemals rausfinden. Bin grad alles abgelatscht, nichts gefunden. Aber ich glaube, wir haben hier auch ganz andere Probleme. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Los, 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 los. Oh Gott, oh Gott. Auf Tim, da sah die ganz anders aus. Los, 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 los. Oh Gott. Oh Gott, schlup, 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 schlup. Ist sie noch hinter mir? Oh. Da ging's ja nicht weiter. Schlup, schlup, schlup. Der... Hä? Jetzt hier? Okay, die Checkpoints sind aber echt... bisschen ungünstig. Aber die Musik ist geil. Da hätt' mich noch voll an Witsch gehabt. Die Checkpoints sind wirklich sehr ungünstig. Da hätt' man ein bisschen gnädiger sein dürfen. Auf Tim, da sah die ganz anders aus. Oh, 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 oh. Weißt du, was ärgerlich ist? Du wohnst schon fast im Wasser und bist trotzdem so schmutzig einfach. So. Ist die Dame auch ein Troll, ja, ne? Guck mal, das sieht aus, als würdest du da ins Wasser gehen. Haben wir es ja vorne gar nicht gesehen, ne? Es sah aus, als würde man da unten ganz elegant über den Strand wieder schlawenzeln, aber naja. Jetzt ist sie wieder dahin. Oh. Geiler Song. So, warte, da warte ich nochmal einen ab. Cello in Konzert. Oh. Ich glaube, ich hätte da unten hängen sollen, ne? Ich glaube, ich muss mich da unten hinhängen. Ah, okay. Der Checkpoint ist fairer. Okay, da warte ich nochmal ab. Hä? Hä? Der hat nicht gegriffen? Der hat das scheiß Moos nicht gegriffen? Was ist denn mit dir? Junge, weißt du nicht, dass du da stirbst, wenn du runterfällst? Also gegen diese YOLO-Attitüde kann ich jetzt auch nichts machen. Wer unbedingt sterben will. Wow, ich weiß noch nicht genau, wie ich da... Gibt es da vorne eine Lücke irgendwo? Nee, ne? Ah, doch, davor ist noch ein Stein. Der ist von dir verdeckt. Okay. Warte. Müsste eigentlich gehen hier, ne? Habe ich. Boah, das ist nicht so cool. Okay, warte. Timing ist alles. Okay, ich muss hinter so'n rollenden Felsen. Ich dachte, ich muss zu dem Baum da hinten. Ja, okay. So, okay. Timing ist alles. Das wär's sogar gewesen vom Timing her. Das hab ich nicht geschafft. Als ob. Ich war doch im Windschatten. Ich war doch im Windschatten. Also im, im, im Dingens. Die alte, einfach lebende Sonos-Soundbar. Okay, warte. Kann ich hier laufen oder ist mein Kopf dann... Das war nicht gut. Als ob. Okay, Schwein gehabt. Mehr Glück als Verstand. Na? Na? Ich kann doch gar nicht wissen, dass ich hier bin. Äh, hoch oder runter? Okay. Tot. Ähm. ins Wasser ist aber jetzt nicht das... nicht die beste Idee. Ähm. 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 Ah. Das ist... Wahrscheinlich ein Bruder oder seine Schwester gefunden. Ach ne, warte mal. Da sitzt jemand und jemand da unten hält sich die Ohren zu oder... Die Person hält der Person die Ohren zu, glaub ich, ne? Ich glaube, das ist äh... Elternteil und wahrscheinlich Kind, würd ich vermuten. Vielleicht erfahren wir es ja. 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 Ja, bin ganz ehrlich. Wenn ich mit... Ähm. Wenn ich mit... Ähm. Ähm. Ich wollte nur ganz kurz sagen... Ja. Ja, ja, ja. Ich wusste nicht, dass man nicht zurückbleiben kann, ohne das nochmal vorgelesen wird. Ähm. Wenn ich das hier sehe, ne? Und ihn da unten auch. Habe ich ein bisschen mehr Verständnis inzwischen für das hier. Ja. 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 Hat ja nicht so gut geklappt. Ja, okay. Jetzt habe ich wieder weniger Mitleid. Ähm. Also, ja. Ich... Ja, okay. Ist ähm. Wei... Weiß ich nicht. Ähm. Okay. Ähm. Ja, weiß ich nicht, ob ich da jetzt noch... Äh. Also... Hm. Aber offenbar kann er ganz gut spielen. Ich verstehe gar nicht, warum der überhaupt gemobbt wurde für seine Musik. Der konnte ja offenbar ganz gut spielen. Der konnte ja offenbar ganz gut spielen. Wir haben es ja vorher auch gehört. Oder vielleicht jetzt mit 100 Jahre Übung. da geht's nicht weiter. Oh, da geht's nicht weiter. Necken! Necken, warum? Necken, mach doch nicht diesen! Oh Gott! Da kam ich grad nicht um die Ecke. Okay, ich muss da rum. Oh, sag mal! Jetzt war ich zu übervorsichtig. Wollte ich direkt drüber sliden. Jetzt warte nochmal. Hör doch mal auf. Hier so rum zu pusten. Ich hab's auch nicht leicht hier mit dem Gamepad. Oh Gott, ist das eng hier. Ich hau aber den Neckenkopf nicht durch. Der kann mich mal am Arsch necken. Oh Gott! Alter! Alter! Aber wir sind nicht tot. Oh! Oh! Na los! Na los! Bevor der Wasserpegel steigt! Sag mal! Ach so! Hm. Ach, ich kann gedrückt halt nicht, Idiot! Hahaha! Ich drück hier mit dem Berserk und wundere mich. Warum ist das so übertrieben schwer? Ich kann einfach gedrückt halt. Ups! Ah! Oh! Uns hat's auch ein bisschen ermischt. Oh! Und unsere Haare sind nicht mehr so schön blond. Und... Der Necken wollte es zu sehr. Er isst nicht mehr. Sind wir doch ohnmächtig geworden. Aber vielleicht sehen wir dann ja unsere Schwester wieder. Vielleicht sehen wir ja unsere Schwester wieder. Wobei das nicht viel bringt, da oben wieder. Sieht jetzt aber ein bisschen ruinöser aus. Ich hab ehrlich gesagt nicht viel Hoffnung, dass da oben wirklich unsere Schwester auf uns wartet diesmal. Sondern wahrscheinlich irgendwas anderes. Ja, das ist nicht schiss. Das heißt, was der Bremel lebt. Das ist ja eine Untergrund. Das war die Bremel-Bremel. Dann war es ein Licht. Wer ist das? Hey. Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Wer hat 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 das? Wo? Wo? Wo hat sie sich versteckt? Den anderen ist es offenbar egal. Oh, endlich. Oh, wir haben die Stadt erreicht. Oh, jetzt sind wir in Sicherheit. Ich glaube... Oh, der Troll. Oh, der Troll. Oh, das ist ja süß. Ich glaube übrigens, wir haben Brumble noch gar nicht gesehen. Also, den Mountain-König. Oder unser... Oder unser Freund der, äh... Dingens da. Der ist, äh... Vielleicht ist der ja der Mountain-König. Weil der ist ja quasi Mountain. Hä, aber die strahlt auch selber ziemlich cool. Das wird ein bisschen sporlicher, da hinten rüber zu kommen, glaube ich. Ähm... Das wird ein bisschen sporlicher, da hinten rüber zu kommen, glaube ich. Da hinten rüber zu werden, wenn Sie zählen ... Ohohohohohohohoho. Ohohohohohohohohohoho. Oookay, die ist gut drauf. Die ist gut drauf. O-key. So, ich muss meinen nächsten Ausflug planen ein bisschen. Ich dachte, wir sind hier sicher. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich hin muss. Die dreht sich auch immer zu uns. Die erschnüffelt uns einfach schon. Ähm. Cool. 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 Cool gelandet, Bro. Och nö. Alles nochmal von vorne? Ich hasse die Checkpoints hier. Okay, warte. Bisschen gnädiger kann man doch ruhig sein. Hm. Oh. Oh. Uff. Das hätt's ja auch die ganze Zeit schon haben können, ne? Da einfach alles zu verschlingen. Dazu musst du uns gar nicht sehen, das kann ich einfach so machen. So, wo wohnt denn jetzt, äh, Brumbeer? Der Mountie-König. Langsam reicht's mir. Ich würde jetzt gerne ein Taxi nehmen. Oh. Oh. Wow. Aber was ist denn... Okay. Aber was ist denn passiert? Wir müssen bestimmt da hinten zum Schicksalsberg. Komm ich hier... Komm ich hier irgendwie hoch? Ähm. Ach, da geht's runter, ne? Sieht man gar nicht in dem Schatten. Ah, okay, okay, okay. Jetzt muss ich hier wieder runter. Ich dachte gerade, ich muss zu seiner Schulter irgendwie hoch. Als ob... Das... Wow, der ist sofort tot. Das war, das war super fies unter die Sohle gesneakt, einfach. Oh, der ist so lieb. Oh, der ist so lieb. Oh. Ich hoffe, der wird nicht bewachsen von Brombeer-Ranken. Oh. Tschüss. Auf Wiedersehen, Lemus. Oh, der ist so lieb. Ich hoffe, der wird nicht von den Brombeeren geholt. Der wird bestimmt von den Brombeeren geholt, ne? Da... Hier war jemand. Oh. 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 Ist das der Brombeeren? Ist das der Brombeeren? Ich weiß es nicht. Ist das der Troll vom Anfang? Weil der war ja genauso gezeichnet. Wobei der Necken war ja auch genauso gezeichnet, ne? Kann man hier reingehen. Oh ja. Aha. Sieht aus wie ein Drache. Das heißt bestimmt irgendwas. Das war's. Bestimmt eine Geheimbotschaft. Ich kann leider keine Runen lesen. Das ist bestimmt auch noch auf Englisch und so, ne? Wenn überhaupt. Oder vielleicht eine eigene Sprache. So. Natürliches Brückenverhalten. Ähm. Da kommen wir noch nicht hin. Aha. Vielleicht können wir da doch schon hin. Vielleicht müssen wir sogar. So. Ganz zärtlich. So. Na los. Du schaffst das. Ah. Diese Kraftanstreffung. So. Haben wir hier drüben noch irgendwas? Eine Steinfigur. Hier ist... Das ist nichts. Hier geht's nur wieder zurück. Okay. Vielleicht besser, wenn wir da lang gehen. Oder? Ich weiß nicht genau. Wenn ich da... Wenn ich da drüben... Dann... Naja. Vielleicht würden wir da sterbsten. Ich weiß es nicht genau. Die lassen sich ja immer irgendwas einfallen, wie wir sterben. diese Menschen der Erde gehen! Wie wieder sorat ist. Du woher ist.